Mein Name ist Martin Woelker und ich bin Logistiker. Willkommen zum siebten Teil von Martins Ware Logistik. Nachdem wir nun die Produktion ganz nett aufgebaut haben, kleine Supply Chains, eben hier aufgebaut mit einer Logik und Ampelsteuerung. Hier die gleiche Logik, nur ohne Ampelsteuerung. Wir haben das auch zusammengeschaltet, schön die Signalnetze voneinander getrennt. Hier haben wir das rote Netz, wo wir die eine Seite mitsteuern, hier die grüne Seite und wir trennen das hier über das Spitter. Das ist ganz nett und wir können das noch weiter optimieren. Am besten zeigt es einfach mal an meiner echten Fabrik, wo ich jetzt wirklich arbeiten und produzieren bin. So, was habe ich hier? Wir sehen hier, die Produktion ruht, alles ist ausgeschaltet, die sind ausgeschaltet, weil die Kisten voll sind. Gut, also brauche ich nichts weiter tun, aber wir sehen ja hier, der ist auf gelb, der braucht noch Material. Da sind jetzt 3400 drin, der steht auf 4500 als obere Grenze. Die Idee ist einfach die, dass man sich sagt, warum mache ich einfach diese rosa Puffer nicht voll? Die sind ja jetzt auf dem absteigenden Ast, also obere Schranke unterschritten, untere Schranke noch nicht erreicht, also noch nicht gestartet und das habe ich natürlich nicht gemacht, mit von ich alles gleichzeitig auf dem Förderraum liegen haben, aber jetzt ist die Kiste auch auf grün, alles ist grün. Was kann ich jetzt machen als nächstes? Ich könnte mal nachdenken, ja, jetzt haben wir es gesehen. Da, gelb, 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 gelb. Das heißt, ich habe das so eingestellt, dass erkannt wird, dass nichts los ist. Freie Förderkapazitäten, freie Förderkapazitäten heißt, die nutzen wir sofort, um unsere Puffer wieder an die obere Schranke zu fahren. Warum tun wir das? Damit wir eben Produktionsbereit sind, wenn es gebraucht wird. Wie macht man es? Ganz einfach. Hier läuft jetzt momentan alles mögliche drauf rum. Gucken wir mal, denn also mal Kupfer, Eisen, Stahl, Schiffelsäure und auch noch mehr Kabel, das baut sich das nach nach ab. Und ich beobachte, was hier drauf ist, lege es hier auf diesen Kombinator und was macht der Kombinator, der sagt, du guckst dir alles einfach an, zählst das schön durch. Und wenn da genug drauf ist, dann gibst du einfach ein E aus. Also wenn die Ruhe herrscht, nichts, sonst gebe ich ein E aus. Und das E gebe ich dann einfach weiter. Kann man hier sehr schön sehen. Ich sage, wenn E größer als R ist, R habe ich dann, wenn ich in der oberen Schranke bin. Momentan sind wir hier auf R. Das kann man sehen. Und wenn ich also, wo ist die Schranke? Da ist R. R wird ausgegeben. So, wenn ich aber dann unter der oberen Schranke bin und auf dem Gleichzeit ist auf meinem Signalleitung an E drauf, heißt das, auf dem Förderer ist nichts los. Ich bin aber oberhalb der oberen Schranke. Also schalte ich mich einfach jetzt um. Das heißt, ich mache Flip-Flop. Ich setze kurz ein S. Wenn das S dann gelaufen ist, dann passiert folgendes, er fühlt sich wieder auf und bei R ist die Sache wieder vorbei. Und genau das ist eben, was hier passiert. Das kann ich da schön groß machen, so klar, dass wir mehr sehen können. Das heißt, ich fühle das jetzt auf. Hier wird oft die Kunststoffgrenze massiv gebraucht. Und hier brauche ich noch von den Schwefelsäurenfässern, auch einige. Die fühle ich einfach nach. Und alles, was ich nicht brauche, das habe ich auch schon mal erklärt. Nichts darf irgendwo landen. Einfach nur, da schicke ich wieder ins Lager zurück und es wird einfach wieder einsortiert. Ich gucke mir das mal an. Das ist dieser Ring und ich habe den Ring gebaut und in dem Ring steht meine Produktion. Das ist natürlich durch diesen Ring eingeschränkt. Du sagst, gut, du musst alles vernünftig versorgen. Grüne Partien brauchst du ganz viele. Also schiebe ich sowohl hier Kabel und Eisen rein, als auch hier Kabel und Eisen rein. Da habe ich festgestellt, du hast einfach nicht genügend Kabel. Also habe ich noch interne Puffer für Kabel aufgebaut. Und ich muss hier noch Kabel nach. Also das ist getrickst. Das ist nicht optimal. Insbesondere das ist doch eng. Und wenn ich also mehr produzieren will, habe ich nicht genug Platz. Naja, mache ich hier unten einfach weiter und habe gesagt, naja, du kannst es geschickter machen. Wenn du was versorgen willst, musst du nur alle Produkte bereitstellen, aber nicht so riesen Bussysteme, wo dann tausend von Teilen drauf liegen, sondern nur was du gerade brauchst, um zu produzieren. Hier habe ich dann drei Maschinen. Die Effizienzmodule bauen und in dieser Kiste ist immer ausbalancerlich. Ich achte darauf immer so 750 da ist. Wenn ich was rausnehme, wird genau das richtige nachproduziert. Und das war es auch dann schon. Das heißt, ich sammle das Zeug ein, habe sie den Puffern. Mit dem Puffern fühle ich ganz kurze Förderer und versorge alle Maschinen, die dabei angeschlossen sind. Und das war es. Und dann sorgt die Logik dafür, dass immer genügend Teile da sind. Wie man das jetzt systematischer macht? Das hat sich natürlich so nach und nach ergeben. Man kann sehen, hier oben ist eine frühe Generation. Dann habe ich hier etwas dazwischen gebaut. Das ist nicht sehr systematisch. Hier ist etwas cleverer. Das ist mit den kleinen Puffern. Und die letzte Generation ist hier unten. Die hat den Vorteil, die ist auch skalierbar. Und wie man das macht, das will ich in den nächsten beiden Videos erklären. Zurück in die Tutorial Area. Ich bin wieder zurück. Gut, das war es. Und im achten Teil werden wir dafür sorgen, dass diese schöne Logik hier auch skalierbar wird. Bis dann. Das war es. entspricht da. Ich bin wieder zurück. Bis dann. Vielen Dank.